Second is my girl. Second is my girl. Ich muss auch kurz, ich brauch kurz eine, eine Pause. Hörst du da raus, du? Nein. Raus nicht, du trinkst kein Alkohol, gell? Nee, nee. Vernünftig. Aber im VIP-Bereich checkt die Gert-Väsche. Das war's. So lustig. Das sind meine Freunde, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Picken wir die. Was machen die in Valorant raus aus unseren Lobbys? Die sind nicht schlecht. Oh, hinten, hinten, Backside. Hier ist einer. Rainer, Spike. Ja, 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 ja. Oh. Wuuu. Egal, mit Double-Netzungen geht man im Rennen. Tempo nehmen mit Büschra. Oh. What the fuck? Dieses Aim, dieser Kampfschrei dabei. Wir lieben Short, Büschra, du gehst Late-Short. Und der Rest geht full. Run and Gun. Es könnte sein, dass sie irgendwie Brimi was reinkauft oder so. Shotgun, Digga. Der Süße. Ja, ich bringe mich noch das kurz. Oder irgendjemand ist kurz. Nice. Äh, letzter CD, letzter CD. Mag die Girls voll richtig süßen. Ja, natürlich. Chat, das sind so an sich keine E-Girls oder sowas. Sind schon alle etwas älter. Das sind keine ADS-Weiber. Die sind nicht irgendwie... Wie wisst ihr schon mal? Die wisst ihr, wie es ist. Ich glaub, Chat glaubt, die nutzt mich aus. Für den Fame. Glaubt ihr, die wollen einfach nur so mit dem Raiding-Krieger spielen? Hast du nur ein Tutorial auf YouTube fürs Peaken? Nein. Ich muss mal eh mal mit so einem Anfänger... Ich bin da gar nicht so in YouTube drin. Ich lade eigentlich nur meine Highlight-Videos hoch. Ich hab meine Aim-Routine drin. Aber wie man peakt, butchert glaub ich sowas drin. Aber wenn ihr immer so... So ein Angle peakt, das ist nicht gut. Ihr solltet niemals so ein Close-Angle. Da seid ihr immer ein Disadvantage. Gerade wenn euch einer hält, müsst ihr eigentlich immer Whiteswingen. Ihr könnt so ein Angle nicht so halten. Ich kann reißen. Ihr müsst mit Schwung ziehen. Ah, halt nur. Lass mal nur kurz A halten. Lass mal kurz chillen. Lass mich hier. Lass mich hier. Wir gehen B. Wir gehen B. Wir gehen B. Full B. Oh, raus. Oh mein Gott. So clean. Du bist so verrückt, ey. Sag mir, wie gut ich bin. Sag mir, wie gut ich bin. Ich brauche das jetzt. Du bist der Beste. Der Beste. Der Beste. Der Beste ist mein Löwen, mein Bear, mein Carry, mein Booster, mein Radiant Tiger. Okay, okay, überdreifend. Kann man dich buchen zum T-Shirt? Yes, schön. Kostet aber, ne? Muss man dich buchen? Kannst du das nicht einfach so machen, weil wir nett sind? Ne, mit nett kann ich nichts kaufen. Verdammt ne Scheiße. Einer flängt. Einer flängt. Er kommt lang. Dünste und ist lang. Ne. Ich mach' den. Ich mach' den. Ich mach' den. Wir haben 30 AP. Wichtig. Ohohoho. Wir brauchen keine Öl. Du bist fast gut. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Warum bist du so gut? Ich fühl mich zum ersten Mal. Besonders. Das ganze Zock hat sich ausgezahlt, endlich. Der Rest war wichtig. Oh, fackt er mich ab, Junge. Oh, mindestens 40. Er drauf aus. Nice. Hast du mal mit einer von denen auch schon außerhalb von Velo geschrieben? Ja, das ist eine Freundin von mir, Chat. Ja, also jetzt nicht irgendwie so jeden Tag privat oder das, aber man kennt sich halt auch schon länger. Bouget kenne ich schon länger. Auch schon in Real Life getroffen ein paar Mal. Nina kenne ich schon länger. Mimco und Büchrad. Jetzt etwas Neuer, aber für den Chitmann auch im Call. Wie hast du deine Sense herausgefunden? Das hat sehr lange gedauert. Kommst du mit der Zeit einfach so zockst und zockst und zockst. Ich flank, ich flank. Der ist hier das Mann hier bei mir. Oh, nice. Mimco, Leute, Abfahrt. Wichtig. Links, ja, ne? Ich hab den nicht richtig gesehen. Oh, mein Gott. Oh. Spray Control. Oh, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Leute, ich beschwere mich ja nicht wegen meinen 200 FPS, aber ich hab früher 60 Hertz gespielt, 60 FPS, da hatte ich auch keine Probleme, versteht ihr? Aber wenn du ein 240 Hertz Bildschirm hast und dann die FPS auf 100 FPS droppst, dann ist das sehr stark und merkbar. Nice, GG's. Nice, ladies. Super. Ich würde eine Runde, würde ich noch machen, tatsächlich. Ja. Ja, rein da. Rein, rein, rein. Ich hol mal meinen Flammkuchen raus, aber ihr könnt weiter reinsuchen. Oh, gerne, yo. Das musst du dir doch unmuted sagen, weißt du, um mehr eins reinzudrücken. Ruf deine Mama, die soll Kanapki machen. Bitte. Mein fünf Drücken, das nervt. Einfach W halten oder rein. Kuba, Kuba, gib mir Spike. Yes, 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 yes. I'm Spike-Mami. Soll ich dir mal sagen, warum du den Spike hast? Warum? Na, sag ich lieber nicht. Weil ich die Allerbeste bin im Planten. Weil du Bomben scharf bist. Oh, Gott. Oh, Yippie. Meine Tert kaputt gemacht hier. Anna, nein. Oh, mein Gott, was ist mit dir? Oh, mein Gott. Mach das nochmal. Ich hab Kinn gedroppt, Alter. Mach das nochmal. Mach mal so einen ekelhaften Flick. Ihr Salamé. La Karouf, wie redest du mit mir, ja? Schön, Schnecke, wie geht's? Gib mal deine Nummer. Minko. Hä? Ich hab mein Bett vollgekackt, darf ich denn deins? Warte, ich gehe. Oh, stimmt. Ulti, ulti. Ekelhafte Timing. Hast du gesehen. Aua. Du hast das Weltklasse gespielt. Dankeschön. Oh, mein Gott. 110, okay. Er ist los. Oh, nein. Er schafft es aber nicht, ne? Gieß mal. Nein, nein. Ja, sehr schön. Okay, ich poppe jetzt meine Ulti. Seid ihr ready? Smogs bitte raus. Ich gebe vielleicht zwei Stück. Ja. Oh, Gott sei Dank. Dankeschön. War wichtig. Hinter uns, hinter uns. Oh, nein. Hinter uns. Oh, nice. Sehr clean. Spend für long. Beide da. Machst du weg. Nice. 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 Good job. Einfach auch mal rausgehen. Ja, die sind hier vor. Drei vor mir. Komm mal, run and gunn einfach. One enemy remaining. Wichtig, wichtig, wichtig. Nice. Good job. Eli, Billy und Sid haben Theorieprüfung gemacht. Das ist durchgefallen. Bei mir war es auch voll lucky. Weil ich kannte so von 100% der Fragen 50%? 20% so, ja, gamble. Und bei wie viel Prozent sind wir jetzt? Über 70? 30% wusste ich gar nicht. Und es kam wirklich nur die 50% dran, die ich gelernt habe. Legend. Das war echt free. Free Elo. Eigentlich brauchen wir wieder Info. Mimco, knife, please. Ja, die nehmen A auf. Ja, das wird A. Let's go. Die machen second wave. Haben wir nochmal eine Smoke für A? Leider nicht. Ey, sein ist Aros. Nice. Alles gut. Nice. Good job. GGs. Come on, bro. Geil. Du hast es verdient auf jeden Fall. Oh, ja. Du hast einen Boden. Ich bin hyped. Oh, Gott. Was isst du schon wieder? Lügigkeiten. Warum ess die alle? Geh mal weg von mir. Lass mal. Wir frissen die alle auf. Ich schore, ja. Wenn du schon so fragst, was isst du denn schon wieder? Zeig mal her, das Ding. Zeig mal her.